Ein wesentlicher Bestandteil eines militärischen Zeremoniells ist die Truppenfahne. Eingebettet ist sie in eine Ehrenformation, die übrigens auch aus nur einem einzelnen Trommler, aber zumeist aus einem kompletten Musikkorps und mindestens einem Ehrenzug unter Waffen in der Stärke 1,327 bestehen kann. Die Truppenfahne selbst wird von der Fahnenabordnung geführt, die aus einem mittig laufenden Fahnenträger besteht, der jeweils links und rechts von einem Fahnenbegleitoffizier flankiert wird. Die Fahnenabordnung marschiert dabei vier Schritte hinter dem Führer der Ehrenformation, der übrigens nicht der Leiter des Musikkorps ist, sondern der Zugführer des Ehrenzuges. Und zwei Schritte vor eben diesem. Die Fahnenabordnungen tragen den Anzug der angetretenen Formationen des Appells, jedoch ohne Waffen. Bei Heer- und Luftwaffe sind das entweder der große Dienstanzug in Grundform oder aber der Feldanzug Tarmdruckgrundform mit schwarzer Lederkoppel, gegebenenfalls ergänzt durch den Gefechtshelm. Die Marine hingegen tritt grundsätzlich in Dienstanzugrundform mit Lederkoppel schwarz an, weshalb es bei Anwesenheit eines Marinemusikors zu dem folgenden Bild kommen kann. Marinemusiker im Dienstanzug, Fahnenabordnung und Ehrenzug im Feldanzug und das, obwohl in der Fahnenabordnung selbst ein Marinesoldat zugegen ist. Die Fahnenbegleitoffiziere tragen zudem den Fingerhandschuh allgemein und, hier kommt es immer wieder zu Verwechslungen, die Fangschnur. Denn lediglich die Fahnenbegleitoffiziere tragen eine eben solche, nicht jedoch der Führer der Ehrenformation oder gar der Führer der Paradeaufstellung, wie wir es ja schon erleben durften. Der Fahnenträger ist zusätzlich noch mit Bandelier und weißen Stulpenhandschuhen ausgestattet und selbstverständlich sind witterungsbedingte Ergänzungen wie Mantel oder Schal erlaubt, müssen aber einheitlich befohlen werden. Erlaubt mir noch ein kurzes Wort zur Fangschnur. Bei der Marine grundsätzlich Goldfarben, beim Herr Silberfarben mit Ausnahme für Generale, kann es bei militärischen Appellen jedoch vorkommen, dass außer den Fahnenbegleitoffizieren noch andere Soldaten diese Fangschnur tragen. Das sind dann beispielsweise Begrüßungs- oder Verbindungsoffiziere der Marine, Attachés oder Portepee-Unteroffiziere und Offiziere des Protokolls. Hier im Bild zu sehen, der ehemalige Leiterprotokoll des Bundesministeriums der Verteidigung, Oberst Dr. Bauernsachs. Um bitte nicht zu verwechseln, Fangschnur und Schützenschnur. Für all das eben Gesagte gibt es natürlich auch Ausnahmen. Die betreffen jedoch das Wachbadellion. Denn dieses hat eine eigene Vorschrift, die seine Sonderstellung unterstreicht. Hier im Bild schön zu erkennen, die Fahnenabordnung des Sanitätsregiments 4 rechts sind im Truppenzeremoniell so ausstaffiert, wie ich es eben beschrieb, die Fahnenabordnung des Wachbadellions links hingegen, gemäß deren Vorschrift wie im Ehrenzeremoniell. Man beachte hier auch, dass die Fahnenbegleitoffiziere des Wachbadellions Pistolentasche links mit Magazinschacht nach vorn tragen, während die Fahnenbegleitoffiziere des Sanitätsregiments 4 gemäß Anzugsordnung ohne Waffe antreten. Doch bleiben wir beim Truppenzeremoniell, also beispielsweise Kommandoübergaben oder Indienststellungsappelle. Hier kann es vorkommen, dass die Truppenfahne und damit der Fahnentrupp vortreten muss. Nachdem der Kommandierende Fahne Marsch befohlen hat, trägt die Fahnenabordnung die Truppenfahne auf den vorher festgelegten Platz und nimmt Front zur Paradeaufstellung. Nicht zur Tribüne und auch nicht zu den Zuschauern. Begleitet wird dieses Vortreten der Truppenfahne von mindestens einem Trommler, der hier den Fahnentrupp Marsch schlägt. Das gleiche Spiel natürlich auch beim Zurücktreten der Fahnenabordnung. Ja, ihr habt richtig gehört. Dieser Trommelschlag heißt Fahnentrupp Marsch. Aber auch hier gibt es eine Ausnahme. Wenn die Truppenfahne des Wachbadaillons auf den Appellplatz getragen wird, spielt das Musikchor den Marsch aus der Zeit Friedrich des Großen. Und noch eine Ausnahme gibt es. Wenn eine verhüllte Truppenfahne vortritt, beispielsweise bei Indienstellungsappellen, wird kein Fahnentrupp Marsch geschlagen. Es sei denn, dass Stabsmusikor der Bundeswehr spielt. Dann schlagen die anstelle des Marsch aus der Zeit Friedrich des Großen den Fahnentrupp Marsch. Ihr seht schon, es ist komplizierter. Natürlich müssen Appelle auch vorgeübt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Truppenfahne dabei in der Wachstuchhülle verbleibt. Verantwortlich für die korrekte Handhabung vom Moment der Abholung bis zur Zurückgabe ist der Fahnenträger. Getragen wird die Truppenfahne aufrecht, was formell als aufgenommen bezeichnet wird. Hier gibt es Ausnahmen, beispielsweise bei extrem windigen Situationen kann die Truppenfahne auch übernommen getragen werden. Die Truppenfahne selbst wird nur bei drei Gelegenheiten gesenkt. Bei Vereidigungen und feierlichen Gelöbnissen, bei Fahnenbandverleihungen und bei Trauerzeremonien. Und beim Senken der Truppenfahne gibt es eine Besonderheit im Regelwerk. Denn das Absenken selbst erfolgt ohne besonderes Kommando, sondern der Fahnenträger bzw. die Fahnenabordnung muss hier vorab eingewiesen werden und senkt die Truppenfahne während des Zeremoniells selbstständig an der passenden Stelle. Wie ihr seht, das Übernehmen und Tragen der Truppenfahne an sich ist eine Wissenschaft für sich und jeder, der sich dazu bereit erklärt, hat meinen Respekt. So, das war mein kleiner Einblick zu einem speziellen Thema, zu dem es sicher noch vieles zu sagen gäbe. Wenn euch solche Themen weiter interessieren sollten, schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare. Und auch ich bin nicht perfekt, sollte sich in dieser Betrachtung ein kleiner Fehler eingeschlichen haben, lasst es mich gerne wissen. Und weil wir nie genug von wehenden Truppenfahnen bekommen, hier nochmal eine eben solche beim Ausmarsch nach einer Kommandoübergabe. Bis zum nächsten Video, euer Bonsai. Ausmarsch der Truppenfahne! Augen! Rechts! Ebenformation! Rechts! Um! Entschuldigung! Musik Musik André der Formation Auf und aus André der Formation Hört euch